Gerrit Winnen, Stern 13. Dezember 1974 in Offenburg, ist ein deutscher Handballspieler. Winnen begann mit dem Handballspiel im Kindesalter bei der 2S Hofweiher. Mit dem TV 08 Willstädt schaffte Winnen den Aufstieg von der Regionalliga bis in die ersten Handball-Bundesliga. Anschließend spielte er beim Strahlsunder HV. Im Sommer 2001 wechselte er zum 2S Nettelstedt-Lübecke, wo dem Publikumsliebling wiederum zweimal der Aufstieg in die erste Bundesliga gelang, in der Saison 2003-2004 sogar mit dem einmaligen Rekord von 68,0 Punkten. Von dort zog es ihn nach der Saison wieder zurück in seine Heimat zur SG Willstädt-Schutterwald. Hier war er eine Spielzeit aktiv und ging zur Saison 2005-2006 zur SG Bietigheim-Metterzimmern. Nach der Saison 2007-2008 beendete er aufgrund einer schweren Kniefverletzung seine Karriere im Profi-Handball. Seit dem 1. Juni 2011 ist Gerrit Winnen Sportdirektor der SG BBM Bietigheim Bundesliga Damenmannschaft.